Hier sind wir wieder mit Benjamin Arnold, dem Star-Architekten, der einen großen Auftrag für eine Häuser-Siedlung in Dubai ein Land gezogen hat. Erzählen Sie mal, wie ist es dazu gekommen? Ich habe einen Vertrag. Aber dein Freund hält ihn nicht ein. Klaus ist nicht mein Freund. Wir sind mit dir einen Erfolgsvertrag eingegangen. Der Vertrag interessiert mich nicht. Du hast doch das alte Haus in der Elbe geerbt. Was? Ja und? Das überschreibst du mir. Wieso? Du bist ja irre. Ich kann dich nicht verstehen. Du hättest Millionen verdienen können. Du nimmst ein altes Haus. Du hättest Millionen verdienen für Hamza, du kriegst die Gelände durch dich. Gut geしょう waren, du bist ja auch immer dejig. Gut ge climate legislature papel divestiert mich. Ich kann mich e ich umdrehen, ausих domen. Du Hättest du oder lebst. Hättest du hier zwischen dem Serveauchttchen, vor allem ich。 Du lieber den Vergleiche aus, olteschön. Ben, ich habe nur 50% von Ihrem Leben verkauft. Untertitelung des ZDF, 2020